Hallo, in diesem Video erkläre ich, wie man eine Conditional Variable benutzt. Das Ganze anhand eines C-Code-Beispiels. Ich werde das Ganze Stück für Stück aufbauen, damit es leichter zu verstehen ist. Und ganz am Ende kommen wir dann hier auf diesen Code raus. Falls ihr nur wissen wollt, was Spurious Wake-Ups sind, also immermale Wake-Ups, sag ich mal, dann seid ihr hier ganz gut aufgehoben. Und wenn ihr wissen wollt, warum ihr ein Signal before and wait aufrufen müsst, solltet, dann seid ihr hier ganz gut aufgehoben. Okay, aber ganz kurz am Anfang, was will man mit einer Conditional Variable machen? Was macht die? Die Conditional Variable zeigt einem eine Änderung an oder signalisiert eine Änderung von einem Objekt, von einem Struct, von was auch immer. Das heißt, die Conditional Variable, damit kann man sagen, das Objekt, auf das du wartest, hat sich jetzt geändert. Jetzt kannst du gucken und mit der Änderung irgendwas machen. Ist ein bisschen wie ein Observer-Pattern, finde ich. Wenn man sagt, ich will dieses Objekt beobachten und irgendwann sagt das Objekt, hey, ich habe mich jetzt geändert, mach was mit mir. Okay, aber genug der Trockenübung, wir gehen einfach mal direkt rein. Ich erkläre erstmal den Code. Wir haben hier oben unsere globale Variable. Die wird von mehreren Threads aus benutzt. Ist einfach nur, keine Ahnung, was Message ist. Da wird schon irgendwas Wichtiges drinstehen. Jedenfalls, die wird von mehreren Threads benutzt. Das heißt, die muss natürlich durch einen Mutex geschützt werden. Wir haben hier unsere zwei Funktionen, Process Message und Set Message, jeweils in einem eigenen Thread. Wir gucken uns erstmal hier unten die Set Message an. Bekommt einfach nur eine Message rein. Und ich habe ja gesagt, die G-Message hier oben ist von mehreren Threads benutzt, muss also durch einen Mutex geschützt werden. Wir locken also den Mutex hier. Und jetzt setzen wir unsere Message und dann können wir den wieder anlocken. Und dann sagen wir, hey, Achtung, jetzt hat sich das Ding geändert. Falls irgendjemand darauf wartet, dass es sich geändert hat, jetzt kannst du weiterarbeiten. Okay, als nächstes gucken wir uns die Process Message an. Der läuft hier in der Unendlich-Schleife. Will auch auf G-Message zugreifen, muss also erstmal den Mutex locken. Okay. Dann gucken wir, ist da vielleicht schon irgendwas drinne? Vielleicht ist da ja schon was drinne. Also wir sagen einfach mal, wir haben ja eben Set Message aufgerufen, da ist schon was drinne. Also ist das hier erstmal egal. Wir gehen runter. An die Local Message wird jetzt die G-Message weitergegeben. G-Message wird auf 0 gesetzt. Jetzt benutzen wir G-Message nicht mehr, sondern haben alles in dieser Variablen drinne. Können also die G-Message wieder freigeben. Also den Mutex wieder entsperren. Und hier unten können wir jetzt irgendwas mit Local Message machen. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Wir locken unseren Mutex wieder. Dann gucken wir wieder, ist denn die G-Message null? Und es wurde noch kein Set Message aufgerufen. Was wir dann also machen wollen, wir wollen jetzt warten, bis irgendjemand Set Message aufgeruft und das Signal setzt. Wir machen also ein Unlock auf unseren Mutex. Und jetzt warten wir einfach, bis irgendjemand sagt, hat sich wieder geändert. Wenn es sich dann geändert hat, dann machen wir wieder ein Lock drauf und machen den Rest hier weiter. Ich hoffe, das war soweit erstmal klar. Das ist die Grundidee von einer Conditional Variable. Also du hast immer die Kombination aus Mutex und Signal. Weil du eben genau dieses Ding hier, diese Konstellation hast. Du willst erstmal gucken, ist da vielleicht schon was drinne? Wenn nicht, dann wartest du, bis sich das geändert hat. Und wenn es sich dann geändert hat, wie bei einem Observer Pattern, wenn sich das Objekt geändert hat, dann machst du weiter mit deiner Verarbeitung hier unten. So, das sollte klar sein. Wenn nicht, guckt es euch nochmal an, sonst wird der nächste Schritt schwieriger. Okay, jetzt kommen nämlich die Details für die Implementierung. Wir haben nämlich jetzt hier ein Problem. Sagen wir, wir haben mehrere Threads, die Process Message verarbeiten oder aufrufen. Was ist denn, wenn jetzt von einem Thread zwischen Wait und Lock irgendwas passiert? Wir haben jetzt das Signal, es hat sich was geändert, aber irgendein anderer Thread klaut uns das schon weg, bevor wir unseren Lock aufrufen können. Dann können wir unseren Lock aufrufen und dann ist aber schon gar nichts mehr in der G-Message drinne. Weil ein anderer Thread das schon verarbeitet hat. Problem Nummer 1. Oder wir sind hier oben, wir rufen Unlock auf, dann gehen wir in Wait rein. Aber was ist denn, wenn hier zwischendurch das Signal fliegt? Man muss jetzt wissen, dass dieses Conditional Signal ist nicht irgendwas, was gespeichert wird, bis jemand Wait aufruft, sondern wird nur einmal geworfen und wenn dann keiner wartet, dann wird es wieder verworfen. Das heißt, wenn hier jetzt ein Signal auftritt und wir dann erst nach Wait reinkommen, dann würden wir von der Änderung gar nichts mitkriegen und würden einfach für immer in Wait warten, obwohl eigentlich die Message voll ist. Das ist also ein Problem. Und dieses Problem lösen wir damit, ich mache das jetzt gerade nochmal weg hier, indem wir diese drei Funktionen hier alle in einer zusammenfassen. Im Falle von POSIX Threads ist das die Funktion pThread.cont.wait. Dann sieht unser Code so aus. Hier wird die Funktion aufgerufen und wir gehen nochmal kurz zurück. Wir sehen ja hier, wir haben Lock und wir haben das Signal. Also brauchen wir beide, also haben wir auch hier das Signal und Lock beides in dieser Funktion drin. PThread.cont.wait macht alle drei Aufrufe atomar. Und dadurch haben wir, ich gehe nochmal zurück, haben wir das Problem nicht, dass hier zwischen irgendwas passieren kann und auch hier zwischen nichts passieren kann. So, nur der Einfachheit halber, wir brauchen jetzt hier diese geschweiften Klammern nicht mehr, weil wir haben nur noch einen Aufruf, deswegen machen wir die mal weg. Das ist nur eine Vorbereitung, wir haben jetzt noch ein zweites Problem. Wir haben jetzt gecheckt, ist die Message null? Nein, ist sie nicht? Oder ja, Entschuldigung, ja, ist sie? Also müssen wir hier reingehen, wir machen also ein Conditional Wait. Jetzt kann es aber aus irgendeinem Grund sein, dass zum Beispiel weil ein Signal fliegt oder aus irgendwelchen Gründen, das Ding nennt man dann Spurious Wake Up, dass diese Funktion schon zurückkommt, obwohl überhaupt nichts sich geändert hat. Und dann würden wir in diesem Fall hier einfach nach unten weitergehen und obwohl die G-Message schon null war hier, würden wir die dann verarbeiten. Wollen wir also auch nicht. Was wir also machen müssen ist, wir müssen eine Wild-Schleife draus machen. Das heißt, wir warten auf das Signal. Falls wir fälschlicherweise aus der Funktion wieder rausspringen, gucken wir erst nochmal hier drauf an, was denn da in G-Messages drin steht. Wenn sich das Objekt immer noch nicht verändert hat, dann warten wir einfach nochmal. Und nur zur Erinnerung nochmal hier, wir merken uns, es waren drei Aufrufe. Wir haben zuerst einen Unlock, dann haben wir einen Wait und dann haben wir wieder einen Lock. Warum ich das jetzt nochmal sage, ist, weil es, ich finde, ein bisschen schwierig zu überblicken ist, wir haben hier einen Lock und wir haben hier einen Unlock. Aber das heißt nicht, dass wir über die komplette Zeit hier gelockt sind, sondern wir sind hier im Rahmen des Waits geunlockt, also entsperrt. So, das soll es soweit sein. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Fragen und Kommentare in die Kommentare. Auf jeden Fall die Videobeschreibung angucken. Falls ich irgendwelche Fehler korrigiere, dann sind die da drin. Vielen Dank fürs Schauen.